Wir sind eine Gemeinde mitten im Wiener Wald mit 83% Waldfläche. Wir haben 9000 Einwohner, davon 2200 Kinder und Jugendliche. Wir haben ein Rathaus. Wir haben 200.000 Besucher im World Wide Web und trotz Corona 22 Kulturveranstaltungen. Wir hatten Mozart zu Besuch. Wir haben ein Gymnasium. Wir haben eine Mittelschule. Wir haben eine Volksschule. Wir haben ein Bildungszentrum. Wir haben ein Wiener Waldbad. Wir haben zwei Sportplätze. Wir haben einen Skaterplatz. Wir haben einen Naturpark mitten im Biosphärenwald. Wir haben einen Schöffelstein. Wir haben eine Rudolfswarte. Wir haben drei Kinderspielplätze. Wir haben einen ÖBB-Bahnhof. Wir haben die Zentrale der österreichischen Bundesfaustel. Wir haben aber leider keinen Pumptrack. Und daher... Im Burgersdorf haben wir eine Fläche mit 1200 Quadratmetern gefunden. Eine Fläche, wo sich Jugendliche und Kinder zukünftig hoffentlich austoben können. Mit einem tollen Pumptrack und Räumlichkeiten, wo sie sich auch entspannen können. Wir sind hier in der Nähe des Zentrums von Burgersdorf, circa drei Gehminuten entfernt. Wir haben eine Bahnstation der ÖBB, eine Busverbindung, 200 Parkplätze, drei Schulen mit über 1500 Kindern. Wir haben einen idealen Standort gefunden, hier eine Pumptrack zu bauen. Bewegung und Sport ist unglaublich wichtig für unsere Kinder und Jugendliche. Aber dafür brauchen sie auch die richtige Infrastruktur. Einen zentral gelegenen, gut erreichbaren Pumptrack braucht es für Burgersdorf. Damit sich Junge und Junggebliebene an der frischen Luft so richtig ausbauen können. Dafür bewerten wir uns. Was willst du? Einen Pumptrack! Einen Pumptrack? Einen Pumptrack! Ich will einen Pumptrack! Ich will einen Pumptrack hierher! Was wollt ihr? Einen Pumptrack! Wir sind Burgersdorf und wir wollen einen Pumptrack! Und vi haben einen Pumptrack! Einen Pumptrack! Wir wollen einen Pumptrack hesitate.